Die Mensch-Maschine-Beziehung ist eine komplexe Interaktion, die jetzt auf alle Aspekte des Lebens einwirkt, vom Spiel bis zur Arbeit. In dieser Perspektive der Interaktion zwischen Mensch und Technologie identifiziert Archifix die Entwicklung der Installation in der Arbeit der Zwischendecken, in der sensationellen Innovation eines Werkzeugs, das zum automatischen Nivellieren von Oberflächen fähig ist. Mit Hilfe einer breiten Palette von Dübeln, die so strukturiert sind, dass sie die am häufigsten verwendeten Profiltypen berücksichtigen, hat Archifix folgendes untersucht. Modell 1, vormontierte Bausatz, bestehend aus Dübeln mit Gummiauflage, Einstellschraube und Feder doppelbandig. Modell 2, Bausatz mit Spanenhanz-Dübeln für klassische Zwischendecken. Modell 3, Bausatz für Tragwerke mit Querträger Typ K. Modell 4, Bausatz mit abgesenkter Schnackkupplung mit Antivibrationsgummiauflage. Modell 5, die gleiche Lösung ohne Gummi. Die Anwendung ist Standard. Nachdem Sie die Stange mit der richtigen Länge ausgewählt haben, müssen Sie die Gewindestange mit dem für die Referenz-Trag-Struktur geeigneten Bübel verschrauben. Einige Millimeter in den ausgewählten Satz einlegen und den Bübel mitbringen zur Erweiterung durch Drehen des Doppelläufers. Und wiederholen die Aktion für alles auszuführenden Kleiderbügel. Bisher hatten abgehängte Deckenabhängungen immer lange Installationen, nur weil sie kontinuierlich kalibriert werden mussten, gerade weil sie manuell waren. An dieser Stelle wird die Unterkonstruktion entweder mit einer einfachen Verzerrung oder mit einer doppelten Verzerrung eingefügt. Und der Moment der Revolution ist gekommen. Sobald der Laser auf die gewünschte Höhe eingestellt und das Kaderngelenk in den Schraubendreher eingeführt wurde, reicht es aus, ihn mit dem Empfänger zu koppeln und den Empfänger über die Magnetseite am oberen Teil des Pfosten zu befestigen. An diesem Punkt wird die Schraubenverbindung in den Sechskantkopf der Einstellschraube unter dem Acken eingeführt und der Schraubendreher wird gestartet. Er bewegt sich automatisch, um die vom Laser getroffene Ebene zu erreichen. Und an diesem Punkt stoppt er von selbst. Auf diese Weise ist es einfach und extrem schnell, Halleacken perfekt zu kalibrieren. Damit das gesamte System eine viel größere Last aufnehmen kann, sind neben dem Dübel Sicherheitsklammern angebracht, die ein Öffnen des Profils verhindern. Die Klammern müssen auch an den Enden des orthogonalen Dübels des Doppelrahmens positioniert werden. Dank der Synergie zwischen mechanischen Teilen und elektronischen Komponenten kann der Installateur mit dem Magic Control Kit eine komplette Zwischendecke einfach, schnell und vor allem mit der Präzision aufhängen, die nur ein automatisches Werkzeug bieten kann. ArchiFix-Produkt sowohl als Zusammenbruchschutz als auch als Trittschutz mit dem Ziel zertifiziert, eine begehbare Zwischendecke zu erhalten. ArchiFix ist immer auf der Suche nach neuen Ideen, um die Probleme auf der Baustelle zu lösen. Deshalb testet er in seinem eigenen Labor die Belastungswerte aller seiner Produkte, um sicheres und zertifiziertes Zubehör auf den Markt zu bringen. ArchiFix-Produkt sowohl als auch aus der Baustelle zu lösen. Der Beitrag der Sicherheitsklammer zur Dichtheit der Struktur wurde ebenfalls getestet. Dabei wurde festgestellt, dass die maximale Last, die auf den Dübel ohne die Hilfe der Klammer ausgehübt werden kann, etwa 140 Kilo erreicht, während die Klammer den zuvor noch nie erreichten Wert von gut berührt hat über 260 Kilo.